Human Design ist in aller Munde und vielleicht hast du dich auch schon mit deinem Human Design, mit deinem Chart auseinandergesetzt. Und vielleicht fragst du dich jetzt auch, warum ich denn über Human Design spreche. Naja, ich bringe eben die Medialität auf der einen Seite und die Verbindung zur geistigen Welt und das Wissen über Human Design auf der anderen Seite zusammen und verbinde es. Und daraus entsteht eine unheimliche Tiefe und eine unheimliche Möglichkeit, wirklich dich selbst bis in die Tiefe kennenzulernen und zu verstehen, was deine Aufgabe hier auf der Erde ist und wie das auch weitergehen soll. Heute in dieser ersten Human Design Folge wollen wir uns angucken, wie denn der Manifestor tickt. Der Manifestor ist eines der Typen im Human Design. Und ich zeige dir, was dich ausmacht als Manifestor und auch, wie du dich selbst damit besser kennenlernst und wie ich das mit der Medialität zusammen in Verbindung bringe. Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen zu der 307. Podcast Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin, ich bin Medium der neuen Zeit und ich bin Autorin von verschiedenen Büchern und Orakelkartensets. Und mein neuestes Orakelkartenset kommt in ein paar Tagen raus und dann kannst du es dir bestellen. Und ich freue mich so unbeschreiblich darauf. Selbstverständlich liegt es da hinten und ich kann es jetzt gerade nicht holen und dir zeigen, aber ich freue mich mega darauf und ich werde es in den Show Notes verlinken, weil es ist wunderschön geworden. Aber darüber wollen wir heute gar nicht reden. Heute geht es um Human Design. Wenn du noch nie von Human Design gehört hast, dann will ich dir ganz kurz einfach so ein paar Randmeilensteine oder Merkmale davon erzählen, damit du einfach weißt, wovon ich spreche. Human Design ist eine relativ neue Wissenschaft und dabei geht es wirklich darum, dich selbst besser zu erkennen. Es verbindet verschiedene Komponenten. Es verbindet die Astrologie zum Beispiel mit dem I-Ging, mit der Kabbalah, mit der Chakrenlehre und der Quantenphysik und in meinem Fall mit der Medialität, weil ich die Medialität mit dazu nehme, weil für mich einfach nur das Human Design zu wenig verbunden ist mit der geistigen Welt und damit zu wenig verbunden ist mit der eigenen Seele. Human Design wurde 1987 von einem Mann auf die Welt gebracht, der mit dem Geburtsnamen Robert Alden Krakauer heißt und sich aber Ra'uhuhu nennt. Und er hat dieses Wissen während einem oder so um die Zeit eines Supernovas auf die Erde gebracht. Und es geht wirklich darum, dass du dich selbst besser kennenlernst, dass du deine Talente besser kennenlernst, dass du verstehst, wie du tickst und dass du lernst, was dich wirklich ausmacht und wie du funktionierst in einer Welt, die an sich schon sehr herausfordernd ist. Und dabei ist Human Design wirklich ein Weg der Selbsterkenntnis. Ich selbst studiere seit vielen Jahren Human Design, mache Ausbildungen, viele Ausbildungen auch und gehe sehr, sehr in die Tiefe damit. Und ich habe noch heute immer mal wieder so den Moment, wo ich denke, aha, ach so, deswegen bin ich so und so und so, weil du einfach immer tiefer reingehen kannst. Es ist ganz interessant, weil es beginnt relativ oberflächlich, mal so in Anführungszeichen gesprochen, mit fünf Typen und dann kannst du tiefer und tiefer und tiefer gehen, wenn du möchtest. Oder du sagst einfach, nein, ich lerne erst mal meinen Typ, meine Strategie, meine Autorität kennen und arbeite damit. Und wir wollen heute mit dem ersten der fünf Typen anfangen. Und da geht es um den Manifestor. Und der Manifestor, davon gibt es neun Prozent. Also neun Prozent der Menschen auf der Erde sind Manifestoren. Und die Aufgabe ganz grundsätzlich eines Manifestors ist es, auf der Erde Wandel und Veränderung herbeizuführen. Die Manifestoren haben eine wunderbare Energie, eine wunderbare Verbindung auch zu der neuen Energie der Erde. Das heißt, sie sind für mich sehr oft sehr zukunftsorientiert und haben wirklich schon so diese Verbindung mit der fünften Dimension, diese Energie der fünften Dimension. Sie können quasi dieses Neue, diese fünfte Dimension einfach so schon mal reinholen und hier auf der Erde verankern und diese Energie wirklich näher bringen. Und das ist auch die Aufgabe von Manifestoren. Manifestoren können einfach Dinge tun. Die dürfen einfach machen. Die dürfen wirklich voranpreschen und ihren Weg gehen, ohne dass sie groß abwarten müssen, um das zu tun. Ein Manifestor ist oft super, super kreativ und impulsiv und hat ganz, ganz viele sehr kreative Ideen. Er ist jemand, der meistens sehr selbstständig ist in seinem Sein. Das bedeutet nicht unbedingt, dass alle selbstständig sind und unternehmerisch denken, sondern eher einfach, dass man vom Typ her, also vom Mensch her, von der Persönlichkeit her einfach sehr selbstständig denkt, sehr kreativ ist mit seinem Denken, sehr anders auch sein kann mit seinem Denken. Und gerade wenn ich jetzt in meinem Umfeld gucke, natürlich kenne ich Menschen, die Manifestoren sind, die eher ein traditionelles Leben leben und ich kenne Manifestoren, die ein sehr spirituelles Leben, ein sehr achtsames Leben leben und gerade diejenigen, die eben so diesem spirituellen Weg folgen und dieses spirituelle Leben leben, die bringen unheimlich viel Veränderung auf diese Welt. Das sind Menschen, die zum Teil, also je nachdem, was sie natürlich für einen Jahrgang haben, aber das sind Menschen, die schon vor 30 Jahren gesagt haben, wie weißt du wirst, ich mache den Weg einer Heilerin oder einer Astrologin oder einer, was auch immer, einer sehr, sehr neuen Energie, 30, 40, 50 Jahre her und einfach so diesen Mut hatten, einen völlig anderen, unkonventionellen und eben sehr, sehr spirituellen Weg zu gehen. Und das ist eben auch so eine Energie von Manifestoren. Manifestoren, die dürfen und sollen ihre Ideen initiieren. Wenn du Manifestorin bist oder Manifestor, dann bist du hier, um deinen Impulsen zu folgen. Das heißt, du bist hier, um einfach zu tun, zu sagen, hey, da zieht es mich hin und da gehe ich entlang. Das ist mein Weg, den ich gehen will. Du hast mir vorhin zugehört. Es gibt nicht so viele Manifestoren, es sind nur 9%. Das heißt, ein relativ kleiner Anteil der Bevölkerung hat diese Energie in sich von einfach tun, einfach machen. Tun, was man Freude daran hat, wo das Feuer wirklich hingeht, wofür man wirklich so diesen Impuls hat. Manifestoren haben auch eine ganz spezielle Aura. Das ist eine sehr machtvolle Aura. Das ist eine sehr starke, kraftvolle Ausstrahlung. Und das ist so spannend, weil wann immer ein Manifestor den Raum betritt, man merkt es. Das ist einfach so. Du hast automatisch die Tendenz zu gucken und die Person anzugucken, die da reinkommt, weil einfach diese Aura fast ein bisschen mysteriös wirkt, fast ein bisschen speziell wirkt. Und wenn ich mit meiner Medialität jemanden angucke, der diese Manifestorenenergie hat und diese auch lebt, also auch so in der Kraft des Manifestors ist, dann ist es wirklich ein sehr starkes Pulsieren, das in der Aura vorhanden ist. Es ist wirklich so ein ganz starkes, kraftvolles Dasein. Und es ist auch ein, es ist so der Impuls von ich bin da, ich weiß, wo es hingeht und ich gehe da auch voran. Es ist für mich auch eine mutige Energie, eine Energie, die sagt, hey, ich mache einfach. Es ist mein Weg und ich gehe den Weg einfach und ich mache einfach. Der Nachteil oder die Herausforderung ist dann natürlich aber auch, dass viele Manifestoren von ihren Eltern wirklich verkannt werden. Die werden von ihren Eltern in Schubladen gepresst. Ich habe vorhin gesagt, nur 9% der Bevölkerung sind Manifestoren. Wir haben, es gibt fünf Typen. Der Manifestor, der Generator, der manifestierende Generator, der Projektor und der Reflektor. Und der Generator und der manifestierende Generator, die machen zusammen 70% der Bevölkerung aus. Manifestor, Projektor und Reflektor machen zusammen 30% der Bevölkerung aus. Du verstehst also, dass es viel, viel mehr Menschen gibt, die Generatoren oder manifestierende Generatoren sind, als Manifestoren. Und wenn du jetzt Eltern hast, die Generatoren oder Moneychants sind, dann ist es sehr gut möglich, dass sie dich in ihre Schublade gedrückt haben, dass sie dir nicht die Freiheit gegeben haben, die du als Manifestor einfach brauchst. die Fähigkeit zu sagen, ich mache einfach, ich gehe einfach meinen Weg. Und wenn wir das jetzt kombinieren, also wenn wir manchmal unsere Geschichte haben, also die Geschichte von, du darfst nicht einfach tun, was du möchtest, und dazu dann auch noch diese ganz spezielle, starke, sehr machtvolle Aura, dann kann es eben sein, dass es Menschen gibt, oder dann gibt es Menschen. Es kann nicht nur sein, dass es Menschen gibt. Es gibt Menschen, die dann wirklich Angst vor ihrer eigenen Größe haben. Ich kenne Manifestoren, die ihrer Manifestorenkraft nicht leben, die Angst davor haben, und die werden dann so zu, wir nennen das heute People Pleaser, also so zu Ja-Sagern, zu Menschen, die den anderen es wirklich unbedingt recht machen wollen und die nicht mehr ihre eigene Größe leben, die nicht mehr diese Kraft haben, einfach zu sagen, hey, da bin ich, und ich bin so, wie ich bin, und ich gehe meinen Weg so, wie ich bin. Sondern die dann wirklich versuchen, es ständig allen recht zu machen, die einfach abnicken und sagen, ja, ja, es ist in Ordnung, wir gucken mal auf dich. Das ist etwas, was, wenn du selbst Manifestorin oder Manifestor bist und das an dir erkennst, dann darfst du anfangen, das zu verändern. Jetzt habe ich vorhin gesagt, du darfst einfach machen. Und es stimmt irgendwo, du darfst einfach machen. Du bist jemand, der einfach vorangehen darf. Aber was für dich ganz, ganz wichtig ist, ist, du musst informieren darüber. Weil in dem Moment, wo du vergisst, darüber zu informieren, werden die Menschen in deinem Umfeld wütend sein. Es gibt so ein relativ lustiges oder auch nicht ganz so lustiges Beispiel, aber es ist sehr nachvollziehbar. Stellen wir uns vor, du wohnst ganz oben irgendwo auf dem Berg, es hat viel geschneit und du möchtest jetzt eine Lawine auslösen, dann solltest du den Menschen unten im Tal Bescheid geben, weil die müssen ja ihre Häuser räumen oder die Lawinenvorsorge aufbauen oder was auch immer die machen müssen. Und wenn du das nicht machst, weil du einfach tust und weil du einfach deine Dinge machst, dann werden die Leute unten furchtbar wütend auf dich sein, weil ihre Häuser kaputt gegangen sind. Wenn du aber gehst und sagst, hey, morgen um 10 Uhr will ich sprengen, weil wir haben zu viel Schnee hier oben, dann können sie entsprechend darauf reagieren und dann wirst du keine Probleme haben damit. Und das ist für mich ein Beispiel, das ich so nachvollziehbar finde und deswegen erzähle ich dir das gerne. Also es geht darum, dass du wirklich ganz bewusst sagst, so informiere ich und es geht nicht darum zu fragen, ist es dir recht, dass ich morgen früh um 10 Uhr eine Sprengung mache, sondern du sagst, ich mache morgen um 10 Uhr eine Sprengung. Also es ist kein Fragen um Erlaubnis, sondern es ist ein Informieren. Natürlich ist das ein großes Beispiel und wenn wir jetzt in einem kleinen Beispiel wären, dann wäre es hilfreich, wenn du deine Kinder oder deinen Lebenspartner darüber informierst, dass du einkaufen gehst und nicht einfach einkaufen gehst und sie dann keine Ahnung haben, wo Mama ist und vielleicht Angst haben oder auf jeden Fall wütend werden. Also es geht darum, dass du wirklich sehr, sehr bewusst auch dir überlegst, ach so, ich informiere die anderen, damit sie nicht wütend werden. Wut ist sowieso so ein Thema, mit dem du in deinem Leben einfach zu tun hast und es ist nichts, was wir wegnehmen können. Also es ist so, die Wut ist ein Antreiber von Manifestoren und das ist einfach etwas, was in dir vorhanden ist und das ist auch nicht schlimm. Jetzt haben wir natürlich zwei verschiedene Formen von Wut. Auf der einen Seite, wenn du vergisst zu informieren, die Wut dir dir aus dem Außen begegnet, das heißt, dann sind die anderen wütend auf dich. Es ist aber auch in dir drin immer eine Art von Wut vorhanden und das ist etwas, was normal ist als Manifestor. Nimm diese Wut an. Diese Wut ist etwas für ein Manifestor, das einfach wie eine Art Antreib vorhanden ist. Es ist ein Antrieb, der dir hilft, Dinge zu manifestieren, Dinge zu initiieren, einen Weg zu gehen und zu sagen, da gehe ich lang. Und manchmal, gerade wenn man bedenkt, dass eine deiner Aufgaben es wirklich ist, die neuen Schritte, die nächsten Schritte, die Verbindung zu der fünften Dimension zu erschaffen, diese ganzen Kanäle zu erschaffen, diese ganzen Energiebahnen zu erschaffen, dann braucht es manchmal Wut, weil Wut da ein wunderbarer Antreiber ist, um wirklich die Energie zu haben, das aufzubauen. Wenn du keine Wut hast und einfach in der Resignation bist, wirst du nichts tun, wirst du nichts verändern. Und es geht da wirklich darum, für dich auch zu erkennen, warte mal, ich will was verändern, ich will diese Veränderung reinbekommen, ich will diese Wut wirklich auch produktiv nutzen, um in die Kraft zu kommen, um kraftvoll zu verändern, um kraftvoll zu manifestieren. Und das ist etwas, was du einfach machen kannst. Wichtig ist es auch für dich zu wissen, dass du zwar jemand bist, der sehr gut initiieren kann, aber es ist nicht unbedingt deine Aufgabe, ein Projekt dann auch durchzuziehen. Also du bist eher diejenige, die sagt, da geht's lang, let's go. Und dann machen dann andere das ganze Projekt, die Arbeit machen andere. Deine Arbeit passiert sehr häufig so in einer Form von hochkonzentriert ein paar Stunden arbeiten und dann braucht es Pause. Du kannst nicht dieses Klassische von neun bis fünf arbeiten oder von acht bis fünf arbeiten. Das ist nichts, was dir besonders gut tut, sondern es ist eher so, dass du, wenn du das irgendwie kannst, deine Arbeit selbst einteilen solltest und dann arbeitest du mal drei Stunden richtig hochkonzentriert, erledigst unheimlich viel in den drei Stunden und dann gehst du zwei Stunden raus und gehst spazieren mit dem Hund oder auch ohne Hund spazieren. Aber es geht so darum, dass du nicht unbedingt diese regelmäßigen Arbeitszeiten, die tun dir einfach nicht gut und wenn du das ändern kannst und das nicht so arbeiten musst, dann ist das für dich super, super hilfreich. Manifestoren sind tendenziell eher Einzelkämpfer und sie können manchmal auch so ein bisschen ungeduldig und reizbar sein und dieses Reizbare, das geht für mich in die Wut. Das ist einfach etwas, das in dir vorhanden ist und ich finde es nicht schlimm. Also ich finde immer, man darf wirklich für sich selbst bewusst werden von, hey, das ist nicht weiter tragisch, das ist völlig in Ordnung, wenn du spürst, dass diese Wut einfach in dir vorhanden ist, wenn du spürst, dass diese Reizbarkeit einfach da ist, das ist doch kein Problem. Meistens ist das ein Hinweis darauf, dass du wahrscheinlich zu viel Arbeit machst, die dir keine Freude macht und dass du Zeit für dich brauchst und das ist etwas, was super wichtig ist. Und als Manifestor, als Manifestorin, brauchst du super viel Zeit für dich. Das heißt, du darfst wirklich für dich gucken, dass du dich zurückziehst, dass du dich ausruhst, dass du etwas für dich tust, weil deine Energie ist einfach nicht so, dass du morgens aufstehst und den ganzen Tag über die gleiche Menge an Energie zur Verfügung hast. Deine Energie ist eher volatil, das heißt, sie ist mal voll da und dann ist sie mal voll weg. Und das ist für dich wirklich hilfreich, wenn du sagen kannst, der Ich-Folge meiner Energie und nicht Ich-Folge der Arbeitszeit, in der ich arbeiten sollte, sondern ich mache so, wie es für mich eben stimmig ist und wie es für mich richtig ist. Und diese Pausen sind auch super für dich. Also die Pausen und der Rückzug ist etwas, was ich bei allen meinen Manifestoren wirklich sehen kann. Es braucht Pausen, es braucht Rückzug und es ist wirklich oft das Gefühl von, wenn andere Menschen um mich herum sind, kann ich mich eigentlich nicht so gut erholen und das kann nicht unbedingt, das bedeutet nicht unbedingt, dass du dich jetzt hinlegst und schlafen gehst. Es kann es sein, aber es bedeutet es nicht unbedingt. Was ich eher sehe, ist, dass Manifestoren oft das Bedürfnis haben, zum Beispiel alleine spazieren zu gehen, alleine Sport zu machen, alleine raus zu gehen, vielleicht eben mit einem Haustier, das ist dann kein Problem, aber dieser Rückzug und dieses Alleine-Sein ist wirklich etwas, was extrem wichtig ist und wirklich ganz, ganz elementar ist für Manifestoren. Einfach, um wieder mit sich selbst in Verbindung zu kommen, um sich selbst wieder wirklich zu fühlen und einfach dieses Bedürfnis nach Rückzug. Ich habe vorhin von der Wut geredet und ich will zum Schluss noch von dem reden, was so das Schöne ist, wenn du eben mit dir selbst in die Harmonie kommst als Manifestor. Weil wenn du mit dir selbst als Manifestor in die Harmonie kommst, dann kommst du in einen tiefen Frieden. Das ist etwas, was so friedvoll ist und was so schön ist und was so sehr harmonisierend sein kann. Wenn du sagst, hey, es gibt aber noch vier andere Typen, weil ich habe ja gesagt, es gibt auch noch den Generator, den Manifestierenden Generator, den Projektor und den Reflektor und sagst, ich will mehr dazu wissen, ich habe auf meiner Webseite, kannst du dir einen Chart runterladen, dass du mal gucken kannst, wie du im Human Design überhaupt aussiehst, wie wunderschön das ist. Es ist ein wunderschönes Bild, am Anfang noch so ein bisschen unübersichtlich, aber je mehr du dich damit auseinandersetzt, desto übersichtlicher wird es. Und du kannst da auf meiner Webseite auch eine Kurzanalyse kaufen, wenn du sagst, hey, ich will mehr dazu wissen, dann gibt es eine Kurzanalyse, da gucken wir uns eben nochmal deinen Typen genau an, wir gucken uns deine Strategie genau an, wir gucken uns auch deine Autorität und dein Profil genau an, das heißt, wir tauchen noch viel, viel tiefer und du lernst einfach noch genauer, wie du tickst und wie du funktionierst. Wenn das etwas für dich ist, ich verlinke dir auch das in den Shownotes. Und das ist jetzt so der Anfang, du hörst es bestimmt, von einer kleinen Miniserie, vielleicht wird es auch eine größere Miniserie oder dann eine Serie, keine Ahnung, ich werde es sehen. Aber wir werden natürlich auch den Generator angucken, den manifestierenden Generator, den Projektor und den Reflektor, das so über die nächsten Monate, weil ich mache es jetzt nicht jede Woche, sondern es wird dann irgendwie in den nächsten Monaten kommen. Hey, ich würde mich unheimlich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst für dieses Video, wenn du mir auch in die Kommentare schreibst, was du denn für ein Typ bist, was du darüber schon weißt alles, was du damit schon alles gemacht und erlebt hast oder ob du noch nie von Human Design gehört hast. Das ist alles möglich und ich freue mich, das Wissen zu teilen. Ich persönlich bin seit Jahren wirklich mega fasziniert davon. und ich unterrichte auch Human Design, weil ich einfach sage, das ist so spannend, das muss einfach in die Welt gebracht werden und deswegen will ich heute mit dir darüber sprechen und dir mehr dazu erzählen. Und in dem Sinne verabschiede ich mich für heute mit dem Sehensschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!